Ihr Lieben, seid ganz herzlich gegrüßt zu einem neuen Video von mir für euch. Ich bin Ivi Kappler, Energetikerin, Bewusstseinstrainerin und Coach. Ich freue mich, dass du hier bist. Nehmt nur das mit, was mit eurem Herzen verschmilzt, wie immer, mit dem ihr resoniert. Und ja, es ist ein spannender Monat und ich starte schon gleich rein, denn es war so diese Energie im Feld, schwupps, schon ist er da, der Mai. Und ich beginne mit einem Satz, der vielleicht jetzt, so wenn wir in diese energetische Signatur des Mais reinspüren, erstmal noch gar nicht so viel mit dem Mai zu tun hat. Und der lautet, die tragfähigsten Brücken sind die von Herz zu Herz. Meine Botschaft ist immer aus meinem Herzen heraus und mir ist es ein absolutes Anliegen, euch mitzunehmen, euch vielleicht auf bestimmte Impulse oder Aktionen hinzuweisen. Und ja, ich freue mich wie immer auch über eure Kommentare. Und ihr seid ja so grandios in der Unterstützung, in euren E-Mails. Also all das, was ihr mir zukommen lasst, da erstmal auch von mir ganz persönlich ein ganz, ganz großes Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, die tragfähigsten Brücken sind die von Herz zu Herz. Ich wiederhole es jetzt nochmal, weil es ist so wichtig. Wir hatten jetzt energetisch-hochtransformatorische Monate. Das erste Quartal, das war ja wie weggeschnupft. Und der April hatte enorme energetische Ströme und er hat auch viel mit den Gesundheitszuständen der Menschen gemacht. Also wir hatten Grippe, Wellen, erkältungsmäßige Symptome, wir hatten Schwindel. Viele haben auch darüber gesprochen, dass die Sehschärfe ein Stück weit verloren gegangen ist. Und ja, und so gab es noch viele, viele andere von Mattheit, Müdigkeit bis über dieses Steh und Geh. Und das war auch das, was der April dabei hatte. Ich gehe ein bisschen, dann bleibe ich wieder stehen. Und es hatte fast schon etwas wie ein energetisches Zurückfallen. Und doch hatte das auch wie immer übergeordnet einen Sinn, weil wir eben extreme transformatorische Themen in der Physis durchgehen. Unser ganzer Körper ist dabei. In diesem physischen Aufstieg geht es nun mal auch um den Körper. Und haben wir irgendwo verhärtete Faszien? Haben wir irgendwo noch tief gespeicherte emotionale Themen? Und das war so ein bisschen wie dieses Diamantschleifen. Vielleicht kennt ihr das. Dann schleift man eine Schicht, die zweite Schicht. Und letztlich ist jeder von uns dieser wunderschöne, leuchtende, lichtvolle Diamant, der halt überlagert ist mit ganz vielen Dingen, mit kollektiven Thematiken, mit Prägungen aus der Kindheit, mit Konditionierungen. Und natürlich, was das Ganze auch umhüllt, ist ein marodes System, in dem wir uns ja in irgendeiner Weise begeben. Und in dem wir irgendwo auch gefangen sind, ein Stück weit. Ja, also jeder so in seinem Rahmen. Wir sind schon wie diese Agenten in der Matrix. Ja, dieses Switchen, einmal das Switchen der Zeitlinien, dann das Switchen der Realitätsformen. Das sind alles herausfordernde Prozesse. Umso schöner ist es, dass ich auch das so wahrnehme, wenn ich in diese kollektiven Felder hineingehe, dass wir schon zum Ende des Aprils, auch durch der 25.04., da ging ja der Merkur dann wieder in die Spur und es kam so eine Auftriebenergie. Es kam wieder mehr Lebensfreude, mehr diese frühlingshafte Leichtigkeit hinein. Ja, auch dann symbolisiert durch das Mai-Fest und natürlich, was da vorausging, war die Walpurgisnacht. Ich möchte mich auch zukünftig mehr auf diese deutschen Namen mehr einschwingen, weil sie einen anderen Klang haben oder auch, ja, andere Festformen, wo wir dann oft vielleicht auch mit dieser Schwingung des Namens nicht so viel energetisch anfangen können. Und ich fühle das, ja, dass es jetzt in eine Zeit geht, wo wir eben das Kind beim Namen nennen und wo wir auch für uns, wenn ihr das weiterhin so nennen mögt, ist auch alles gut. Es geht immer darum, im Zellgedächtnis, an was erinnert es mich, was verknüpfe ich damit? Und so dürfen wir, und das sage ich sehr oft, wieder neue Rituale für uns etablieren. Das, was wir in unserem Zellbewusstsein, in all unseren metaphysischen Körpern gespeichert haben, und das ist die Summe aus Milliarden von Seeleninkarnationen, auch auf verschiedenen Sternensystemen. Unser System trägt so viel Information in sich und diese Information bricht auf. Ja, und was ist passiert nach Walpurgis, dann zum Maifest? Und zwar, es hat sich mir so gezeigt, dass die Energien in ihrer Ausrichtung einmal die Sonne und dann Mutter Erde, also es gibt so eine Zugkraft, so eine Verschmelzung auf tieferer Ebene dieser beiden Energien. Das bedeutet einmal für uns, für unser körperliches System, wir sind geerdeter, und doch hat sich dieser Zugang stärker geöffnet. Und ganz spannend war, vielleicht schaffe ich es euch auch, das einzublenden, am 2. Mai gab es innerhalb der Schumann-Resonanz ein Bild vom KPI-Index, das schon im massiv dunkelroten Bereich war, was diese Sonneneinstrahlungen betrifft. Und so haben wir, und das läuft auch zeitversetzt, ja, haben wir hier einen enormen Auftrieb, also wieder so diese Kraft kehrt zurück. All das, was der April, diese Schwere, was uns vielleicht auch ein Stück weit runtergezogen hat. Und ich habe auch von vielen Klienten gehört, so die Visionen sind im Kopf, doch es schafft es nicht in die Materie, ja, weil die Energie so schwer war, so anstrengend war und vielleicht war es sehr drückend. Und die Stierenergie beflügelt uns jetzt mit, ja, mit den astrologischen Einströmungen auch, Visionen und Ziele langfristig zu stabilisieren und sie dann auch zu etablieren. Wir hatten dann noch am 30. April, ja, so eine Pfeilrichtung nach vorne, weil die feurige Widderenergie, die sich, die den Mars in den Widder wandern ließ, astrologisch, das war so dieser Ruf nach Bewegung, ja, Bewegung und etwas in die Erfüllung bringen, in die Entstehung. Und passend dazu, weil wir sind ja im Sonnenjahr und das Sonnenjahr, das wird uns die Sonne auch zurückbringen und wir sehen es in vielen Bereichen. Und was ich jetzt sage, ist so dieses Jahr einmal der Mars natürlich, der zielstrebig ist, selbstbewusst, der so vorwärtsgerichtet ist, der uns auch in einen gewissen Ehrgeiz treibt. Wir wollen ohne Umwege, ja, wir sind diese vielen Umwege schon gegangen, wir wollen so direkt über die Ziellinie gehen, ohne dieses Grübeln oder dieses Zurückgezogenwerden. Und da war eben der 30. ein Toröffner auf energetischer Sicht. Und was auch ganz spannend ist, weil am 2. Mai ging der Pluto in die Rückläufigkeit und das wird bis Mitte Oktober andauern. Und wir schaffen es jetzt, uns mehr zu zentrieren. Und das zeigt uns auch, also zentrieren auch mehr ins Herz kommen, weil eben dieses Brückenbauen, diese Herzöffnung, also wir sind sowieso in einem Quantensprung der Herzöffnungen aktuell. Ja, die Herzen öffnen sich. Und bisher, bis Ende April, war diese energetische Strömung so, dass wir vieles im Außen aufgenommen haben. Also wir haben regelrecht alles Mögliche absorbiert. Das war wie Informationen auffangen und irgendwann ist dann der Speicher voll. Und unsere Speicher sind derzeit voll, sowohl mit Dingen, die wir noch verarbeiten dürfen, integrieren dürfen, doch auch mit neuen Zellinformationen, die ja dann auch wieder heraus wollen. Und jetzt ist es so, dass dieser wahre Kern einer Sache in der höchsten Intensität in uns selbst erforscht werden möchte. Und das ist ein so schöner Satz, denn es geht darum, in die Introspektive zu gehen und zu schauen, gut, was habe ich denn jetzt alles gelernt auf einer ganz, ganz tiefen seelischen Ebene? Was brauche ich nicht mehr? Wir sind ja oft gefangen in diesen Kreisen von Wiederholungen. Wir wissen, dass hier auch diese Zeitqualität, letztlich haben wir es geschafft, da die Spur rauszunehmen. Doch es war jetzt ja Millionen, eine ständige Wiederholung, immer wieder diese Wiederholungen. Und trotzdem sind wir ja noch in diesem Spiegeluniversum. Das Leben stellt uns Mitspieler in den Weg, die uns spiegeln, die auch noch unsere tiefsten Talente und Gaben spiegeln, was wunderschön ist, doch auch noch diese Selbstsabotageprogramme oder auch Ängste. Und das ist eine enorme Chance. Und hier bietet der rückläufige Pluto, das Außen nach Innen zu verlagern. Und was passiert, wenn wir das Außen nach Innen verlagern? Wir erlangen Klarheit. Es kommt die Klarheit ins Feld. Und so merken wir auch, dass in vielen Regionen der Welt, weil es ist ja dann auch so, ein Deckel wird weggenommen. All das, was uns gedeckelt hat, wo wir dachten, ach, diese Grenze im Außen hat mich gedeckelt, wenn ich das nach Innen verlagere, dann entsteht eine Weite. Und dieses Ausbrechen, ja, auf der Erde bricht vieles aus, es sprudelt vieles hoch in der Natur, weil es auch den Menschen so geht. Wir sind eingewoben in das große Ganze. Wir interagieren mit der Natur, mit dem Kosmos, mit unseren Mitmenschen. Und das ist oft so dieser Effekt, wenn ich ein Streichholz anzünde und es sind weitere Streichhölzer da, dieses Feuer geht durch. Und das ist das, was gerade passiert. Also eine feurige Energie, die herausdrängt. Also auch dieses Bild habe ich bekommen. Das fand ich ganz spannend. Das kennt ihr sicherlich auch, wenn wir ein sehr kleinmaschiges Sieb haben und zum Beispiel Fruchtfleisch auffangen wollen. Ja, wenn eine Zitrone gepresst wird und man will jetzt da nicht das ganze Fruchtfleisch haben, dann presst man es durch dieses Sieb. Und es entsteht natürlich eine Form von Druck. Doch das, was rauskommt, ist dann mehr diese Essenz. Es sind nicht mehr so diese groben Brocken, sondern es sind leichtere Flöckchen, sage ich mal. Ja, und das ist das, was so im Feld ist. Und was ich auch ganz spannend beobachte in der Natur, wir haben jetzt die Kastanienbäume in der Blüte. Und sehr, sehr lange waren ja die Kastanien gerade in Deutschland fast schon vergammelt. Ja, also die haben gar nicht richtig ihre Früchte abgeworfen. Und jetzt stehen sie in voller Blüte, ob jetzt die männlichen oder die weiblichen Kastanien. Es ist so schön zu sehen, dieses Weiß und dieses Rosa, was wir draußen beobachten können. Und ich bin gespannt, wie die Kastanienbäume dieses Jahr ihre Ernte erwirtschaften, wie es dann im Herbst aussieht. Denn jetzt sieht es wundervoll aus. Und ja, so die ganze Tierwelt ist ja auch in so einer Aufbruchsstimmung, in diesem Rausgehen, Lautsein. Ja, es befreit sich was. Und das ist tatsächlich so. Und wir werden am 5.5. ein energetisches Tor haben, das 5.5er-Tor, was dann später auch mit dem Neumond im Stier energetisch verstärkt zum Tragen kommt. Und das ist auch etwas ganz, ganz Schönes, denn wir sind in so einer Energie. Wir wollen uns nicht mehr verstecken. Vieles ist uns klar. Und wenn etwas aufbricht, dann bricht auch die Wahrheit auf. Es ist, wie wenn eine Verkrustung aufgeht. Es bricht eine Wahrheit aus uns heraus. Und das dient dem ganzen globalen System. Denn die Menschen erwachen immer mehr. Und auch wenn sie auf Raten erwachen und mal hier eine Wahrheit erkennen oder mal da eine Erkenntnis haben, so ist das alles im kollektiven Feld. Und ja, darf und muss sogar von der Matrix gespiegelt werden. Und das ist sehr schön, denn hier werden wir bis zum Jahresende, und da wird es noch markant werden, mit sehr vielen Wahrheiten konfrontiert. Und das, was wir aus der Tiefe unserer Seele schon wissen, doch was ins Feld drängt für die, die vielleicht davon noch nichts gehört haben. Ja, dieses energetische Tor, das uns beflügelt, das uns trägt, das uns noch mehr Stabilität bringt, dieses wird sich auch auf unser Stirnchakra auswirken. Wir haben beim Stirnchakra, überhaupt ist es so der Hals, und das Stirnchakra sind mit unseren Hellsinnen verbunden. Und man spricht dem dritten Auge ja das Hellsehen zu, doch letztlich ist es auch so eine Summe aus vielen anderen Faktoren, die da noch mit hineinwirken. Doch was geschieht, dass unsere Augen, und das ist eben das, was viele schon gespürt haben, im April dieses unscharf sehen, oder dass sich plötzlich etwas bewegt vor der Linse. Und das dient eben auch, und jetzt hole ich noch ein bisschen aus, durch diese starken Sonneneinströmungen und das Wackeln des Magnetfelds, lösen wir uns aus einer Realitätsschicht heraus, also wie als ob wir in so einer kleinen Seifenblase wären. Und wenn diese Seifenblase aufgeht, sie zerplatzt ja nicht gleich, sie geht auf, und dann verändert sich einmal unsere DNA, weil die diese Informationen aufnimmt, und es verändert sich damit auch unser Hellsinn. Wir haben mehrere Hellsinne zur Verfügung, jetzt geht es speziell auf die Augen. Und vielleicht fühlt ihr und seht ihr, auch wenn ihr rausgeht, es ist viel intensiver, die Farben sind leuchtender, sie sind kräftiger, sie gehen mehr in unser System hinein, auch wenn wir uns mit den Tieren beschäftigen. Die Liebe zu den Tieren, und das hat wiederum mit der Herzöffnung zu tun, da ist so eine Vertrautheit da, so eine Achtsamkeit und ein richtiges Urvertrauen. Diese Liebe, ja, diese Liebe, die kommt zum Tragen, und diese Liebe möchte im Mai gelebt werden. Auch natürlich von Mensch zu Mensch in jeglichem Bereich. Und das ist so schön, weil das bekräftigt uns. Ja, und der Neumond wird uns hier auch wieder in einen Neuanfang bringen, und er wird uns auch die Fragen, ja, wieder zu unserem Gedächtnis tragen. Wer bin ich? Ja, wer bin ich, und was ist hier meine Aufgabe? Und letztlich ist es so, wenn wir uns in den Dienst des Großen Ganzen stellen, und das können wir auch mal für uns so sagen, ich stelle mich in den Dienst des Großen Ganzen, ja, also der universellen Schöpfung, dann haben wir unseren Platz schon gefunden. Und auch wenn wir ihn nicht so wahrnehmen, doch der ist da, und jeder hält die Fackel hoch, und jeder leistet seinen Beitrag. Und das ist so schön. Und mit diesem Satz verstärken wir noch diese Position, die wir hier haben. Und mit dem Vertrauen, dass diese Position stimmig für uns ist, kommen entsprechend auch die Aufgaben. Das ist das Spannende, ja. Alles entsteht aus diesem tiefen Urvertrauen des Herzens. Dieses tiefe, ich weiß, dass alles gut ist, ich weiß, dass es einen Sinn hat, und ich weiß auch, dass da, wo ich bin, dass ich da richtig bin, dass ich stabil bin. Und das ist sehr, sehr schön. So erleben wir dann auch noch andere kosmische Konstellationen. Ich gehe jetzt noch mal auf die wichtigsten ein, denn es sind ein paar mehr. Und dann erzähle ich euch auch noch, was es denn energetisch mit uns macht. Denn unser Verständnis wächst und mit dem dritten Auge-Chakra, also dem Stirn-Chakra, das ja vom Prinzip die Seinserkenntnis in sich trägt. Ist so dieses, die übersinnliche Wahrnehmung, die außerkörperliche Wahrnehmung, doch auch das, was ich im Inneren wahrnehme, vertraue ich dem, vertraue ich meinen Sinnen. Und diese Systeme haben ja alles dafür getan, dass wir uns selbst nicht mehr vertrauen, dass wir einen Stellvertreter benötigen, der uns auch sagt, dir geht es jetzt gut. Ja, so diese Selbstverantwortung, Selbstermächtigung und mit der Seinserkenntnis und untermauert mit diesem tiefen Vertrauen, das ich in meinem Herzen trage, brauche ich Instanzen im Außen nicht. Also ich brauche niemanden mehr, der mir sagt, der Weg geht nach rechts oder nach links, sondern ich fühle es in jeder meiner Zelle. Also ich überlasse meiner Seele die Führung und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir dies auch so tun. Wir haben dann den Zeichenwechsel vom erdigen Stier in dieses luftige Element des Zwillings, wo es auch mehr um das Thema der Geistigkeit geht. Und diese Geistigkeit, die wird uns nochmal so sprudelnde Energien bringen, die wird uns auch nochmal durch die Tage tragen. Wir werden mehr Mut haben, auch das zu leben, für das wir hergekommen sind. Und das ist sehr schön. Und der Vollmond wird hier auch nochmal einen Kreis voll machen und wird das Ganze in uns selbst stärken. Ja, und auch der Schütze, der wird hier nochmal das Feuer in uns entfachen. Also es wird ein energetisch sehr feuriger Monat und Feuer bedeutet, dass etwas hinaus lodert. Ja, es will etwas auch transformiert werden auf der tiefsten Ebene. Und mit dem Vollmond im Schützen wird es nochmal, ja, ich sag mal, sehr heiß zugehen, weil wir uns noch darüber klar werden, was wir denn in diesem Monat alles in uns selbst herausgebracht haben. Und mit herausgebracht, meine ich, diese Reinigungsprozesse, diese Loslösungs- und Freigebungsthemen, Themen, die dann, ja, endlich sich auch auflösen, die dann tatsächlich auch mal gehen dürfen, weil wir sind ja ständig dabei, auch kollektiv zu transformieren. Und deswegen ist es auch so interessant, in welches Feld klinke ich mich ein. Ja, gehe ich in die Natur und beschäftige mich eben mit der Wahrhaftigkeit, mit dem wahrhaftigen Feld von Flora und Fauna und bin eben eingebunden in diese Symbiose oder bin ich in einer, ja, Smart City und habe kein Grün und mit Smart ist nicht intelligent oder besonders pfiffig gemeint, sondern Smart hat da eine ganz andere Bedeutung. Und ja, da sind wir bestimmten Kontrollzwängen schon ohnehin ausgesetzt. Und von daher, künstliche Felder sind immer wieder da. Wir geraten mit jedem Mal, wenn wir auch auf unser Smartphone schauen, dann geraten wir in dieses Feld und in der Achtsamkeit können wir das dann auch in den Ruhephasen weglegen und sagen so, ich gehe jetzt bewusst in ein für mich erdiges, mir dienliches Feld. Und wenn ich jetzt eben auch schon beim Element Erde, erdig bin, ja, der Stier, der uns ja auch eben diesen Monat gut in die Stabilität bringt, ist es auch so, dass wir in unserem ersten Chakra und die Chakren, die sich besonders zeigen in diesem Monat, ist einmal, sagte ich, die Stirn, der Hals, das Herz und die ersten beiden Chakren. Das Wurzelschakra einmal aus dem Grund, weil wir in einem Monat der Aufrichtigkeit und Aufrichtung sind. Und das hatte ich in dem Update schon kurz, als ich über diese künstlichen Felder gesprochen habe, schon angedeutet. Aufrichtigkeit. Ja, wir sind oft zu vielen, vielen Menschen, zu geliebten Menschen aufrichtig. Ja, wir verausgaben uns regelrecht und lassen uns dann vielleicht manchmal auf der Strecke und sind dann nicht aufrichtig zu uns. Und das ist das, über das ich so gerne auch spreche, wenn es eben auch um Körper, Geist und Seele geht. Denn Aufrichtigkeit ist ähnlich wie die Wahrhaftigkeit. Ja, da steckt ja schon das Wort wahr drin, bei Aufrichtigkeit aufrecht. Wenn ich aufrichtig zu mir selbst bin, dann bin ich auch wahrhaftig. Dann richte ich mich körperlich auch auf. Meine Wirbelsäule hat keine Chance, eine Krümmung zu machen, außer die natürliche Krümmung, selbstverständlich. Doch ich bin gerade in meinem System, weil ich geradlinig bin. Weil ich das Ganze schulter, weil ich das Ganze mit der Wirbelsäule trage. Die Wirbelsäule gehört zum ersten Chakra. Das erste Chakra hat das Grundprinzip der körperliche Wille zum Sein, bedeutet das Ja zum Leben. Ich entdecke immer mehr in meinen Coachings, gerade bei hochsensitiven, super liebevollen Menschen. Also das sind wirklich, mir werden die Perlen geschickt der Menschen, die mit mir ein Stück gehen, die ich begleiten darf. Und da kommt immer wieder dieses Nein zum Leben. Und dieses Nein, das sich so tief auf einer Zellebene in uns verbissen hat, dass wir erst mal oder vielleicht auch in den ersten Lebensjahren gar nicht drankommen. Und später zeigt uns natürlich unser Lebensumstand, unsere Lebensblase, in der wir sind, dann tatsächlich, dass wir ganz tief in unserem System ein Nein formulieren. Und das hat auch viel mit früheren Leben zu tun, die wir vielleicht sehr grausam und schmerzhaft verlassen mussten oder verlassen wurden. Und dieses ganze Kriegerische und wirklich auch nicht Zumutbare, das ist immer noch in unseren Zellen drin. Und deswegen überprüft auch für euch gerne mit dem Schwankfest, Schwankfest, Schwanktest, diese Frage, sage ich Ja zum Leben. Denn Ja zum Leben zu sagen, bedeutet das Leben vollumfänglich in allem, in den positiven und negativen Dingen anzunehmen. Da ist eine gewisse Schmerzgrenze bei vielen da, weil wir natürlich hier jetzt schon in einem Aufstiegsprozess sind, der uns viel abverlangt hat, auch in dieser Inkarnation. Und es auch noch ein Stück weit tun wird, wenn wir nach außen schauen, was da alles geplant ist. Doch das sind alles immer nur diese Pläne. Pläne können ohne unser Zutun, können Pläne nicht entstehen. Das ist ja das Schöne. Wir sind die Schöpferwesen, das darf uns klar sein. Und hier nochmal zu schauen, sage ich Ja zum Leben. Auch wenn ich mich in meiner Kindheit hier nicht heimisch gefühlt habe, auf der Erde, wenn ich das Gefühl hatte, wo bin ich denn hier gelandet? Was ist denn das hier für eine Konstellation? Und ja, was darf ich hier alles jetzt durchgehen, bis ich irgendwie weiterkomme? Das sind so diese ganz typischen Dinge und viele leuchtende Seelen, die auch in einem Familiensystem geboren wurden, mit einer enormen schwere Belastungen und traumatischen Situationen, die haben irgendwann im Laufe des Lebens, und das entsteht dann auch durch unsere Seele, die dann fragmentiert, ein Stück weit, dass dieser Lebenswille flöten geht. Und dieser Lebenswille gehört uns. Das ist das A und O. Denn wenn ich hier nicht leben will, dann wird nach dem kosmischen Gesetz mir immer wieder, also nach dem kosmischen Gesetz der Resonanz, immer wieder ein Grund geliefert, warum ich dabei Recht habe mit diesem Glaubenssatz oder mit dieser Intention, mit dieser Aussage, die tief in mir irgendwo wohnt. Und das dürfen wir für uns tatsächlich transformieren, um hier voll und ganz landen zu können. Es geht darum, hier auf der Erde anzukommen, weil wir brauchen für diesen Prozess jeder, der mein Video hört. Dich brauchen wir. Und es ist wichtig, dass du mit dabei bist und dass du Ja zum Leben sagst. Dass du das Leben vielleicht auch mal aus einer anderen Perspektive dir ansiehst, was es für eine Schönheit birgt, was es für Möglichkeiten birgt. Allein der physische Körper mit dem Thema Berührung, Zärtlichkeit, das können wir nicht, wenn wir feinstofflich sind. Wir haben nicht die Möglichkeit, bestimmte Dinge zu genießen. Wir können nicht fühlen, wie es sich anfühlt, die Sonne auf der Haut zu spüren oder eine Berührung oder vielleicht mit einem geliebten Tier zu kuscheln, also die Nase ins Fell zu vergraben. Ja, das zu riechen. All diese Sinne, die haben wir hier, die dürfen wir ausweiten. Die dürfen wir wieder ausgraben und dürfen sie für uns kultivieren. Das ist so wichtig. Ja, jetzt komme ich noch zum Jupiter. Der Jupiter. Ja, viele haben ihn ja für sich so als Glücksplanet abgespeichert. Der Jupiter, der ab dem 25. in den Zwilling wandert und dann auch bis nächstes Jahr Juni dort bleibt, was die ganze Situation hier geopolitisch und komplett für die ganze Erde erleichtert. Denn dieser Himmelskörper des Wachstums, des Optimismus, der Ausdehnung, der Expansion und auch diese diese spirituelle Kraft, die da im Hintergrund wirkt, das ist ein Wegweiser in Richtung Leichtigkeit. Und diese Leichtigkeit ist schon im Feld. Diese Leichtigkeit wird am 5.5. noch stärker hier verankert werden. Und wir fühlen es jetzt schon. Wir fühlen jetzt schon auch diese Kommunikation, dieses wir wollen nach draußen, wir wollen kreativ sein, wir wollen uns weiterentwickeln. Wir streben vor allem. Und das finde ich so schön, weil ich kriege immer dieses Bild, dieses über den Tellerrand hinaus. Was gibt es noch? Was gibt es noch? Was ist noch mal hinter diesem Filter? Was ist noch hinter dieser Mauer? Das ist so eine kindliche Neugier, die da zum Tragen kommt. Und das ist etwas sehr Schönes, weil das prägt die ganze Zeitqualität. Und das wird uns auch weiterhin begleiten bis zum Jahresende. Und mit dieser Tragkraft, mit diesen Flügeln, das sind letztlich Flügel, die wir kriegen, über diese kosmischen Konstellationen, verändern wir ab dem Mai das ganze Spiel. Und das ist etwas ganz Besonderes. Und ich habe einige Beobachtungen noch gemacht, die ich gerne mit euch teilen möchte, weil ich auch gesehen habe, dass sich jetzt, ja, unmittelbar in dem Zusammenhang, dass sich die Energien, die an uns angedockt waren, ja, unser zweites Chakra, das hat ja den Emotionalkörper als Aura-Körper. Und der Emotionalkörper wird ja oft belastet durch die Energien, die sie zuspielen oder die wir aufnehmen. Und ich sage oft auch, ja, alles, was wir nicht konsumieren, konsumiert uns. Und das ist tatsächlich so. Und hier zu schauen, was passiert. Wir hatten jetzt so eine Qualität im Feld mit sehr saugenden Energien. Also auch hier haben sich die Menschen so ausgezutzelt gefühlt, kraftlos, ja. Und das hat nicht immer was mit uns zu tun. 95 Prozent hat mit uns selbst zu tun. Doch manchmal gibt es auch eine bestimmte Fremdbestimmung, wenn wir diese Fremdbestimmung nicht unterbrechen. Also somit, klar, hat es etwas mit uns selbst zu tun. Doch wir diese Fremdbestimmung, ja, dieses an einem Ziehen, an einem Zerren, das Tauziehen der Energien. Und das wird im Mai gestoppt werden. Also da ist wie so ein Schnitt. Und man könnte auch sagen, Energievampirismus oder eben auch so Angstfelder, uralte traumatische Felder, die lösen sich hier auf. Und das gibt uns auch noch mal die große Chance hier auch für uns, über uns hinauszuwachsen, damit wir mit unseren Flügelchen auch diesen Tellerrand erwischen und dann, ja, in diese wunderschöne Zukunft schauen dürfen. Und wir haben auch im Hinblick darauf, ich finde es immer so schön, im Frühling dann, wenn es Richtung Sommer geht, werden von Forschern auch immer wieder neue Tierarten entdeckt. Und ich habe da mal ein sehr aufschlussreiches Video zu dem Mariannengraben gemacht, also zu dem tiefsten Wasserpunkt der Erde. Und auch dort werden immer wieder neue Tierarten entdeckt. Und es ist jetzt bei Insekten so. Also es wird hier sehr, sehr viel im Moment dokumentiert. Und gerade Russland ist da vorne mit dabei, mit der Wissenschaft. Die haben zum Teil auch Dokumente veröffentlicht, eben auch was die Meere, die Ozeane betrifft, mit neuen Tieren, die jetzt plötzlich in 2023, 2024 entdeckt wurden. Man glaubt es kaum. Und das hat eben auch mit dem Magnetfeld zu tun. Das hat damit zu tun, dass diese Transmutation ja nicht nur bei Menschen stehen bleibt. Wir sind da alle mit drin. Und die einen mutieren in die andere Richtung und die anderen mutieren halt in die Richtung, in die wir auch streben. Und das ist sehr schön. Also achtet mal auf die Tiere. Ja, und fühlt euch da auch mal in diese wunderschönen Felder der Seen, der Wälder, der Berge. Also all das, was diese wunderschöne Natur uns zu bieten hat. Ich wünsche uns jetzt einen wundervollen Mai mit Leichtigkeit. Lasst es euch gut gehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Herzchen da. YouTube ist immer wieder schön beim Löschen der Kommentare oder beim Verändern der Klicks. Doch es ist, wie es ist. Ich gehe hier mal in die Annahme und ja, lass es einfach so stehen. Es ist für mich nicht wichtig, viele Abonnenten oder viele Klicks zu haben, weil sie das einfach immer wieder manipulieren bei mir schon seit der Corona-Zeit. Was mir wichtig ist, dass ich den Menschen von Herz zu Herz erreiche. Und das ist mir ein Anliegen, weil dafür bin ich hier. Und wenn ich dich mit meinem Herzen und meiner Liebe erreicht habe, dann ist das für mich schon der Jackpot. Ihr Lieben, von Herz zu Herz, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Lasst es euch gut gehen. Lasst euch die Flügelchen wachsen. Und die wachsen sowieso mit unserem Lichtkörper. Doch der wird jetzt im Mai erstrahlen und glitzern und leuchten. Und das ist so schön. Und ich kann ja, abschließend sagen, die Herzensbrücken sind es. Es sind die Herzensbrücken. Und Liebe ist die stärkste Kraft auf der ganzen Erde, im ganzen Universum. Und die Liebe, die lassen wir uns nicht nehmen. Das geht auch gar nicht, weil wir sind liebevolle Menschen. Und auch, wenn wir es manchmal vergessen haben, es ist so schön, dass du hier bist. Und ich sende dir ganz viel Licht und Liebe aus meinem Herzen. Bis ganz bald. Eure Ivi.